Also ich bin Luciano Baumgürtel, das ist mein Pony C. Massimiliano F.H. Er ist zwar sehr schwierig, aber er gibt dadurch sehr viel und er ist für mich etwas ganz Besonderes. Er ist ziemlich wach in der Prüfung, aber er kämpft eigentlich immer für einen und will eigentlich immer das Beste. Auch wenn er meistens sehr sensibel ist und auch nicht ganz einfach ist, trotzdem will er immer das Beste für einen. Er macht, glaube ich, alles sehr, sehr gut und ist einfach ganz toll. Also es gibt nie so Schwierigkeiten. Wenn er Pause hat, dann gehe ich mit ihm oft spazieren, gehe grasen, mache einfach das, was ihm gefällt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.